Jetzt hallo miteinander. Ich kann zaubern. Das habe ich jetzt gelernt in der Bittelschieser-Täne, in der Höhle. In der Bittelschieser-Höhle habe ich eine alte Inschrift gefunden, wie man hier zaubern kann, in diesem zauberhaften Tal. Also pass mal auf. Ich lasse das Blatt hier los und es schwebt jetzt. Seht ihr das? Ich würde es nicht. Guck mal. Es schwebt, ohne dass ich irgendwas dazu tue. Nur durch meine magischen Kräfte aus dem Bittelschieser-Täne. Da guckt ihr. Und wisst ihr, was die Magie ist? Wisst ihr, was die Magie ist? Das ist ein Spendenweb daheim. Das ist ein Spendenweb. Aber, ihr glaubt. Macht's gut. Tschüssli.